Ja, hier gibt es viele Einbeeren und ich brauche Einbeeren, weil ich weiß den Einbeersaft echt zu schätzen Für Würselkräuter, äh für Heiltränke fehlt mir nämlich zur Zeit noch das Alraunenpulver Oder, ne, nicht Doch, das müsste das Alraunenpulver sein, Alchimierrezept, Heiltrank Mir fehlen eh zwei Punkte in Alchemie, aber die spare ich mir jetzt in meinem Augenblick Alkohol fehlt mir, ja, äh, Bleichmondsamen hab ich, Würsel Eigentlich fehlen mir nur Alkohol und Zwie-Destillator, sind Zotan, die ich beim Alchemisten kaufen kann, okay Dafür brauche ich Alraunenpulver und Feuermus, hm Aber gut, sei es drum erst einmal Erstmal Feuerfliegen töten Und ja, da müssen wir wieder zurück zum Marktplatz Wow, das sind aber jetzt viele Feuerfliegen Und ja, ich brauche mit der neuen Abbrust eine ganze Weile zum Schießen Und wie viel verkürzt eigentlich der Lademeister dann die Eine Aktion, ja, okay Das heißt, das braucht dann nur noch eine Kampfrunde Aber ich schieße lieber langsam und mache dann lieber Schaden mit meinen Und zwar gut Schaden, das war gerade 22, was ich mit meiner Armbrust hingekriegt habe Und das hat Frau Grimm mit seiner Axt auch gemacht Ist zwar langsamer, aber Wie ist das schön effektiv So, und jetzt noch das zweite Nest Da sollen wir lieber nicht hier oben sein Wo geht's runter? Hier geht's runter Dann bleiben nur noch die drei Nester beim Meister Laurelin übrig Da gucken wir mal kurz auf die Karte Hier ist die Treubrücke und hier haben wir ja eigentlich alles Höchstens jenseits, naja, ich glaube jenseits der Zollstation ist nichts mehr wichtiges Aber wir können trotzdem mal kurz hingehen und mit dem Zöllner reden So, Feuer fliegen, töten Frau Grimm steht nicht nur um Komm, hau drauf Frau Grimm, dann ist das Auch vorbei Oder auch nicht Na gut Darum ist die Windmühle Hier ist das Zoll Gebiet Da geht's zur Schnellreise Ein Fass Gucken wir mal in das Fass rein Na, du Retter, Doppelbock Hallo Jetzt wird unsere Arbeit erst richtig anstrengend Aha Schnellreise, wo können wir denn hinreisen? Du kannst ja, du Retter, auf diesem Wege nicht verlassen Möchtest du die Schnellreisefunktion nutzen? Ja Achso Ja, okay, gut zu wissen So gehen wir einfach in den Schnellreisemodus Äh, was machen Gruftasseln hier? Ganz ehrlich, was machen Gruftasseln am helllichten Tage hier draußen? Nicht, dass es mich was jetzt direkt stören würde, aber Aber Es ist seltsam Komm, wo bist du Gruftasseln? So, das war's mit den Gruftasseln Und jetzt der Müller, der hat da gerade ja rumgeschrien Das ist irgendwas, was ich alleine schafft Hier soll das? Ja, das ist Müller-Dinkelfein Bei den Gerechten Was soll ich nur tun? Hallo Sie sind einfach überall Überall Womit habe ich das nur verdient? Äh, wovon sprecht ihr? Habt ihr sie auf dem Weg hierher nicht gesehen? Die ganze Mühle haben sie in Beschlag genommen Ich traue mich gar nicht mehr auf mein eigenes Hab und Gut Wir haben sie gesehen und erledigt Ich habe die Ja, ja Ich habe bereits an die Gassen getötet Wie vielen habt ihr den gar ausgemacht? Ich glaube, es waren höchstens vier Stimmen Aber vier? Das reicht nicht Wie weit ihr da? In meinem Haus krabbeln Dutzende dieser Viecher herum Und das war bei Sonnenaufgang Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es jetzt noch wimmelt Äh, das ist ja schreckt Ihr seht so aus, als könne euch so schnell nichts schrecken Würdet ihr euch der Sache annehmen? Ja, es wäre wir Ich habe sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte Nein, beim Anblick von Asseln wird uns nicht übel Wir helfen ihm Bei dem Gerechten Was soll ich denn tun? Ach, da sehe ich ja schon wieder welche Hallo Bei Gruft Asseln verschwende ich auch keine Obwohl ich verschwende dann doch lieber Astralenergie anstatt Pfeile Oh, Koano wurde Mit schwerem Wundbrand infiziert Das ist weniger schön Zulünkes Wundbrand hier in dem Fall ein Gift und nicht ein Ja, mich hat Mich hat der schwere Wundbrand auch schon erwischt Na, ganz toll Aber zulünkes Wundbrand hier in dem Fall Zum Glück ist Wundbrand hier ein Gift und keine Krankheit Krankheiten gibt es ja hier in dem Spiel nicht In der Nordblatt Trilogie sind ja die Krankheiten gerade Wundbrand ziemlich nervig Weil man das nicht selber heilen kann Äh, wie viele Gruft Asseln kommen hier eigentlich? Ungeziefer, vernichte noch mehr Ungeziefer Ich soll sie bis auf das letzte Tier ausrotten Äh, nochmal mich heilen, bitte Okay, da ist nur noch eine Zwei Das ist jetzt wirklich, wirklich ein lustiger Spaß Eigentlich nicht Aber gut, scheiß drum Wir helfen dem Wir helfen dem Müller Und dann Geben wir ihm sein Päckchen Und dann hat Feires keine Munition mehr Und so heißt sie mal lieber Quado Und halt mich vor weiter Vergiftung Und dann gebe ich hier schnell Munition in die Hand Und du bist jetzt die letzte Gruft Assel gewesen Sehr gut Ich habe auch keine Munition mehr Das sind wir auch schnell So Zurück zum Müller Feires machen wir bei Vorgremen von Bam weg So Ach, ihr seid es Konntet ihr schon etwas gegen die Asseln ausrichten? Ja, ich habe sie erledigt Wenn ihr wüsstet Wie sehr mich das freut Ihr habt mir wirklich sehr geholfen Ich frage mich nur Was dieses Viehzeug angelockt hat Ja, das ist jetzt eigentlich ein bisschen unhöflich Aber wir haben leider nichts zu Hause Und ich frage mich, wie ich mich bei Mühen entschädigen wollte So entschuldigt Nimm bitte diese bescheidene Summe für eure Hilfe Vielen Dank und lebt wohl Fünf Dukaten, oh, das ist immerhin was Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher Jetzt wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert Wir haben immer noch das Paket für dich Hoffentlich wird der Fluss Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher Jetzt wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert Ah, ja, ganz toll Können wir jetzt reden? Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher Jetzt wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher Jetzt wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert Ah, wir wollen mit dir sprechen So, wir haben noch ein Päckchen für dich Sag bloß, was können wir dir jetzt nicht mehr Wie geht's? Wie sieht's denn hier aus? Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher Jetzt wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert Nein, er sagt immer noch nur dasselbe Es ist er weg Das darf doch jetzt echt nicht wahr sein Jetzt ist der Müller da reingelatscht Äh, okay Ich glaube, ich speichere hier jetzt mal Und mache mal einen Schnitt Bis gleich Bis gleich